Im heutigen Video möchte ich mit der Erfahrung von drei Kinobesuchen über Christopher Nolens Oppenheimer nachdenken. Warum so spät, ließ es sich einwenden, schließlich ist der Kinostart schon einige Wochen her und der online geführte Diskurs bereits wieder verebbt, wieso also nicht früher? Nun, einerseits war es mir organisatorisch nicht möglich, früher ein Video zu Oppenheimer zu produzieren, andererseits kann aus der Not auch schlicht eine Tugend gemacht werden und so will ich mit Hilfe des zeitlichen Abstands und der mehrmaligen Sichtung die Aufruhr der Tageskritik verlassen, um mit der tiefer gehenden Auseinandersetzung Nolens Film zu beginnen. Und damit willkommen zur zweiten Produktion. Als wiederkehrender Orientierungspunkt meiner Überlegungen soll mir der im Film prominent verwendete Begriff der Kettenreaktion dienen. Kettenreaktion, das besitzt meiner Lesart nach eine inhaltliche, eine dramaturgische, eine visuelle und eine materialästhetische Facette und die besondere Qualität dieses ungewöhnlichen Biopics besteht meines Erachtens darin, dass diese vier sich in ein und demselben Begriff kreuzende Facetten in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander stehen und sich gegenseitig bedingen. Dramaturgie, Visualität, Materialästhetik und Inhalt lassen sich also sowohl autark als auch nur in Bezug zu den anderen Kategorien lesen. Sie stehen für sich, überschneiden sich aber auch und bilden so ein engmaschiges, nicht einseitig auflösbares Netz aus Form und Inhalt. Dies wiederum sollte zu erkennen geben, dass wir es bei Nolens Film mit einer hohen formalästhetischen, motivischen und erzählerischen Komplexität zu tun haben. Auch aus diesem Grund schließe ich mich der Meinung vieler anderer an und behaupte, dass Oppenheimer Nolens ernsthafter Film sei. Wir haben es also trotz des Blockbuster-Umstands schlicht mit Kunst und einem dezidierten Kunstanspruch zu tun. Und Film als Kunst nimmt man nicht mal eben so im Vorübergehen wahr oder durchdringt es mit halber Aufmerksamkeit. Dafür braucht es Anstrengung, Kontemplation und vielleicht auch mehr als nur ein Besuch im Kino. Um mit den Facetten der Kettenreaktion anzufangen, möchte ich Oppenheimer mit zwei älteren Filmen Nolens assoziieren und zwar mit Interstellar und den von mir notorisch gepriesenen Tenet. Bei beiden Filmen haben wir es mit Science-Fiction-Zeitreisefilmen zu tun. Beide Filme künden vom Ende der Welt, von der Katastrophe, die in der Zukunft passieren wird und doch bereits passiert ist. Wenn man so will, knüpft Oppenheimer nun an dieses Motiv an, nur dass er die Seiten gewechselt hat. Statt in die Zukunft blickt Nolan auf die historische Vergangenheit, tauscht also Science-Fiction gegen den biografischen Historienfilm. Mich interessiert an den motivischen Überschneidungen zwischen Interstellar, Tenet und Oppenheimer aber etwas anderes, und zwar wie Nolan durch seine Filme ein gewisses Welt- und Menschenbild artikuliert. Denken wir hierzu noch einmal an Tenet als einen originellen Zeitreise-Thriller und an Interstellar als den Versuch, zwischen abstrakt-theoretischer Physik und der sinnlich-phänomenalen Qualität des Kinos ein neues, sprich ein kinematographisches Epistem, sprich eine filmische Wissensform für etwas noch Undarstellbares zu schaffen. In beiden Filmen wird Nolens Hang zum Physikalismus deutlich und wenn gleich der Begriff in seiner reduktionistischen Einseitigkeit für Nolens Vorliebe für die Naturwissenschaften zu groß und auch gleichzeitig zu eng ist, will ich ihn hier einmal lose und auch nicht abwertend verwenden, um auf eine Besonderheit in Oppenheimer zu verweisen. Meine These lautet nämlich, dass allen drei Filmen ein physikalistisches Welt- und folglich auch ein physikalistisch-deterministisches Menschenbild zugrunde liegt. In Interstellar ist dies recht streng an die theoretische Physik gebunden, mit deren Hilfe die spektakulären diegetischen Welten des Films entworfen werden, um so in einer Art unerwartete Feedback-Schleife wiederum die theoretische Physik zu beeinflussen. In Tenet steht der zu durchquerende Raum im Sinne einer tatsächlich durchgeführten Reise im Vordergrund, doch sehe ich hier eine noch stärkere Wichtung auf dem Menschenbild. Während Interstellar im Coquant der Science-Fiction über eine Tochter-Vater-Beziehung nachdenkt – oder umgekehrt, sucht es euch aus – stehen in Tenet namenlose Kämpfer und das deterministische Prinzip der ewigen Wiederkehr im Vordergrund. Denn was machen diese Agenten im Film da eigentlich? Sie entdecken immer wieder das, was man bereits erfunden hat. Ich würde diesen Figuren so etwas wie ein Sisyphos-artiges Verlangen unterstellen, um durch diesen Determinismus hindurch und trotz dieser Determiniertheit Handlungsmacht zu gewinnen. Denn es ist nicht so, dass diese Subjekte alles, was immer schon passiert ist, dennoch durchführen müssen, um im Sinne Friedrich Nietzsches der zu werden, der wir sind? Mein Physikalismus-Begriff meint also mehr, als dass sich die Welt gemäß physikalische Gesetze hinreichend erklären lässt. Und es meint auch nicht, dass dementsprechend ein unbarmherziger, deterministischer Wind durch Nolens Filme weht und diesen etwas durch und durch Fatalistisches anhaftet. Eher sehe ich in seinen Filmen so etwas wie einen komplexen, ja tragischen Humanismus am Werk, der immer wieder, weil er nicht anders kann, zu diesen pulverisierten, zusammengestutzten, von größeren Mächten in Schach gehaltenen Subjekten zurückkehrt. Denn einerseits sind diese Individuen in Tenet tatsächlich erstmal nicht mehr als physikalische Körperzustände, die je nach kodierter Entropie mal rückwärts und mal vorwärts in der Zeit gehen und sich darin auch nicht exzeptionell von invertierten Objekten unterscheiden. Andererseits sind sie es, die Handlungsmacht ergreifen, um durch ihr aktives Tun die Welt so zu verändern, wie sie sein wird. Vor diesem Hintergrund behaupte ich nun, dass auch in Oppenheimer Nolens deterministischer Physikalismus virulent ist und dass wir es auch hier mit einem komplexen, höchst tragischen Humanismus zu tun haben, wie ist das nun zu verstehen? Einerseits reduziert der Film durch die moderne Physik, deren Geschichte er miterzählt, das althergebrachte Ideal des Menschen als Maß aller Dinge auf quantenmechanische Zustände, auf eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, in der der Mensch nur Teil einer langen, uns nicht einsehbaren Kettenreaktion ist. In diesem Film geht es also auf unterschiedlichen Ebenen um die Ohnmacht des Subjekts. Ein Konflikt, den der Film daher auch austrägt, lautet, was passiert, wenn die eine Welt der Physik mit der anderen Welt der Politik kollidiert? Welche Gesetze gelten dann? Welche Kettenreaktionen lösen sich nun wie und unter Aus? Und welche Rolle spielt hier? Das ist der notorische Ausgangs- und Rückzugspunkt des Subjekts. Dieses Subjekt aber, das sich einst anschickte, sich die Natur unterzahn zu machen, verliert im 20. Jahrhundert seinen exzeptionellen Status. Das ist nicht einmal nur auf die Physik bezogen, die daran arbeitet, es sind auch die im Film erwähnten und von Oppenheimer studierten Köpfe Freud und Marx. Andererseits aber ist ja keiner exzeptioneller als Oppenheimer, als Individuum selbst. Er ist die prometheische Figur, die der Menschheit Fortschritt, Hoffnung und die Beherrschung der Natur bringen soll und damit eine Kettenreaktion in Gang bringt, in deren Mitte, so meine These, die Dialektik der Aufklärung hervorquillt, und zwar so, wie sie von Adorn und Horkheimer als Umschlag von den höchsten Höhen in die tiefste Barbarei beschrieben wurde. Denn wer ist dieser Oppenheimer, wenn nicht das Paradebeispiel einer aufgeklärt aristokratischen Elite? Ein Physiker von einer umfassenden und heute gänzlich fremd erscheinenden intellektuellen Tiefe und Weitsicht? Ein Naturwissenschaftler, den man als Typus des neuen Wissens im 19. und 20. Jahrhunderts als Heros feierte, weil er eine Renaissance der Rationalität, des Wohlstands und der gesellschaftlichen Aufstiegsmöglichkeiten versprach. Und der sich in seiner anmaßenden Klugheit so mühelos über und durch die engen intellektuellen Korridore der Politbüros hinwegsetzte, dass gerade dieser Umstand ihn zum Feinbild werden ließ. Was wir in Oppenheimer also auch sehen, ist die Wachablösung der alten Welt durch das Resultat ihres eigenen Schaffens. Und wir sehen, wie Oppenheimer als historische Figur zum Kulminationspunkt einer 300 Jahre andauernden Erfolgsgeschichte der Aufklärung bzw. der modernen Physik wird, die ihren Höhepunkt schlussendlich in der Herstellung einer weltverändernden Massenvernichtungswaffe findet. Meine These lautet nun, dass Nolan diesen Umschlag des Fortschritts in die potenzielle Weltzerstörung nicht als ein tragisches Falschabbiegen der Physik oder als eine den Kriegsumständen geschuldete Usurpation entschärft, sondern behauptet, dass dem Fortschritt der Umschlag in ihre eigene Vernichtung immer schon eigen war. Genau hierin glaube ich eine Unabwendbarkeit zu sehen, die mit dem Motiv der Kettenreaktion korreliert und von Nolan inhaltlich erzählerisch, visuell und auch auditiv in Form gebracht wird. Um diesen Punkt erläutern zu können, lohnt sich ein Blick auf jene vibrierenden Visionen, die der junge Oppenheimer zu Beginn des Films von der quantenphysischen Welt hat, also die, die ihn bis tief in die Nacht hinein quälen und nur unterbrochen werden von Bildern seiner Ranch in Santa Fe, seinem Heimatort. Diese Einschiebe montiert Nolan zunächst klassisch als intern fokalisierte Traum- bzw. Vorstellungsbilder und zwar auf bildlogischer Ebene. Sprich, wir sehen Oppenheimer, wie er nachts im Bett wach liegt, ein Topshot zeigt sein Gesicht in Großaufnahme und diese Bilder werden dann regelrecht durchgeschossen von Aufnahmen der quantenmechanischen Welt. Diese Welt also, die den jungen Oppenheimer heimsucht, ist aber nicht schlicht in seinem Kopf, sie ist immer auch die eigentliche Wirklichkeit und so integriert Nolan diese vormals als Vision markierte Bilder im späteren Verlauf auch in Szenen, in denen Oppenheimer selbst im Bild positioniert ist, wie es also nicht mehr mit klassischen Point-of-View-Blick-Strukturen zu tun haben. Damit spiele ich nicht auf dem späteren Verlauf und während der Anhörung bebenden Bildhintergründe an, denn hier ist das physikalische Beben einer neuen Welt längst in einem soziopolitischen Beben kulminiert. Ich spiele zum Beispiel auf jene Szene an, in der Oppenheimer während einer Zugfahrt seinen späteren guten Freund Isidor Rabi kennenlernt. Wir sehen hier die quantenmechanischen Erscheinungen, zunächst eine Reflexion einer Fensterschabe bei Nacht, dann etabliert Nolan noch einmal den Raum, also das Zugabteil, und wenn wir ganz genau darauf achten, sehen wir im Hintergrund dieses leichte, aber unverkennbare Zittern der Welt. Oppenheimer und wir mögen diese Bilder zunächst als Albträume oder Vision interpretieren. Oppenheimer selbst aber hat schlicht eine Art quantenmechanische Wahrnehmung der Welt entwickelt, die sich nun, einer Kettenreaktion gleich, immer stärker ausbreitet und Nolan sucht hierfür, vor allem für die damit einhergehende Peinigung dieser jungen Seele, Visualisierungsmöglichkeiten. Unsere Hauptfigur öffnet sich also eine verborgene, ja rätselhafte Welt, die sonst noch sehr wenige sehen können, die aber, so meine These, als schicksalshafte Vorboten des Kommenden zu verstehen ist. In den Explosionen zu Beginn des Films, so meine These, sind die von Hiroshima und Nagasaki bereits angelegt. Hier nun wird ein auditives Motiv entscheidend und dies ist ein immer lauter werdendes, donnerndes Grollen, welches bereits den Bildern des atomaren Feuers im Vorsprung unterlegt ist. Dieses Grollen, welches von Beginn an der Plotentfaltung als wiederkehrendes Motiv dient und mit der Atombombe selbst assoziiert werden kann, wird erst im zweiten Drittel des Films digitisiert. Es handelt sich um das frenetische Stampfen Oppenheimers Kollegen, die ihren Heros nach dem Ende des Krieges für eine kurze Kundgebung bejubeln. Das Grollen ist also das Geräusch des Triumphs und das Geräusch des Triumphs ist das Unheilvolle, die Katastrophe selbst. Es sind also nicht nur die Bilder der gewaltigen und visuell spektakulär umgesetzten Quantenwelt, die vom Unheil des zukünftigen Zeugen es ebenso stark besagtes Grollen auf auditiver Ebene. Doch verkündet Nolan hier schlicht das Unheil im Sinne eines Vorboten? Mit Blick auf die erzählerische Konstruktion seiner Geschichte, die sich in mehrere Zeitebenen aufsprengt und so die klassische Folge von aufeinanderfolgenden Aktionsbildern auflöst, erzählt Nolan eher in einer Zeitform, die ich mit der Phrase »Die Würfel sind gefallen« assoziiere. Dann wird klar, dass die Bilder der Quantenwelt und besagtes Donnerkrollen schlicht die ersten und zugleich die letzten Spuren des Unausweichlichen sind. Wie in Tenet ist Oppenheimer auch hier Nietzsches Mantra unterstellt, der zu werden, der wir sind. Hierin zeichnet sich die tragische Implikation des Kettenreaktionsmotivs ab. Die Kettenreaktion, die Oppenheimer zunächst auf die Zündung der Atombombe und ihre physikalischen Folgen gemäß Tellers besorgniserregende Berechnung beschränkt, ist mehr als eine soziopolitische, die nach der Explosion der Atombombe und dem Anbeginn des Kalten Krieges nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, die Kettenreaktion startete, als die moderne Physik die Weltbühne betrat und diese zu revolutionieren versprach, um den Geheimnissen der Welt auf die Schliche zu kommen. Die Atombombe wäre dann nicht der Endpunkt von 300 Jahren Physik, sondern ihre Unausweichlichkeit. Nolan präsentiert uns also ein teleologisch-deterministisches Weltbild, nur dass er dies nicht als Fortschrittserzählung, sondern als Endzeiterzählung präsentiert. Hierin nimmt die Figur Oppenheimers eine besondere dialektische Stellung ein, denn er hält sich an den Extremen auf. Er ist einerseits nicht mehr als ein Teilchen dieser Kettenreaktion und andererseits ausschlaggebender Faktor für das Manhattan Project. Er ist unverzichtbar und immer auch Mittel zum Zweck. Ein abhängiges Zahnrädchen, das durch die staatlichen Institutionen zu kontrollieren ist um so auch über diese besondere Macht, die Macht Oppenheimers, grenzenlos zu verfügen oder sie schlussendlich mundtot zu machen. Wir müssen uns die immer wiederkehrenden Großaufnahmen Oppenheimers durch die Zeitschichten der Story hinweg, also im Studium, in der Anhörung, in der Rede, vor den Mitarbeitern, in der Schlusseinstellung etc., als miteinander verflochtene Palimpseste vorstellen. Und das meint, auf diesem Gesicht spiegelt sich immer wieder schon das antizipierte Spätere und das bereits bereute Vorherige. Hier finden wir so etwas wie ein indirektes Kristallbild der sich im Film abspielenden Dialektik der Aufklärung. Und natürlich muss dieses Bild eines des menschlichen Gesichts sein, daher auch meine Rede vom tragischen Humanismus. In und auf diesem Gesicht lagert sich eine nur gleichzeitig zu vernehmende und nicht aufzulösende Ambiguität einer historischen Figur ab, die nur in den Spannungen ihrer konträr miteinander verketteten Zeitabschnitte zu verstehen ist. Wenn Oppenheimer in seiner ersten Unterrichtsstunde zu Quantenmechanik seinem einzigen Schüler die Frage stellt, wie es denn sein kann, dass Licht zugleich aus Wellen und aus Teilchen besteht, also zwei Zustände gleichzeitig wahr sein können, dann überträgt Nolan diesen Gedanken auf die soziopolitische Ebene seiner Figur. Eine Figur, die für und gegen die Atombewehr war, die sich für einen Nudillinken und für einen Patrioten hielt, die zum gefeierten Individuum auserkoren und in den Rädern des Staates zermalmt wurde, die also immer zu viel und zu wenig wusste, die vorausschauen und doch nicht sehen konnte. Auf diese Weise tut Nolan dem Biopic als Subgenre des Historienfilms einen großen, einen wirklich großen Gefallen, denn wenn gleich seine Story, der Dialektik der Aufklärung und damit einer gewissen Teleologie unterworfen ist, so negiert doch sein Plot das althergebrachte dramaturgische Motiv des Telos. Wir sehen also eben nicht die abgeschlossene und Vollständigkeit suggerierende Geschichte eines Mannes, der auf eine Reise geht, wächst, scheitert und wieder aufsteht und so eine nachvollziehbare Entwicklung macht und so weiter. Wir sehen vor allem keine Geschichte, die wir durch den Abstand der Zeit aus weiter Ferne betrachten können, um uns nach den drei Stunden auf die Schulter klopfen zu können und zu sagen, war schon schlimm damals, aber wir sind ja heutzutage Gott sei Dank weiter. Im krassen Gegenteil, mit Bildern der atomaren Bedrohung, von aufsteigenden Raketen und einer in Brand gesetzten Atmosphäre ragt der Film unmittelbar in unsere Zeit, in unsere Gegenwart hinein. Der Film ist also kein zeitlicher Konkon, den wir aus der Brille des neugierigen Interessenten verfolgen. Es ist ein Film für und über das 21. Jahrhundert. Zersplittert auf mehrere, drei, vier Zeitebenen geht es Nullen, also nicht um Klarheit oder um Gewissheit, sondern um Gleichzeitigkeiten. Um Gleichzeitigkeiten, die sich kontrastieren und genau dadurch Zusammenhänge schaffen, weil sie dank ihres harten Aufeinanderprallens Veränderungen aufzeigen, aber nicht gänzlich erklären wollen. Er pulverisiert auf diese Weise das Gesamtgefüge einer vermeintlich an der Schnur aufgezogenen Lebens, um der Komplexität ihrer Entstehung und Abfolge gerecht zu werden. Noch einmal also kann das Motiv der Kettenreaktion fruchtbar gemacht werden, nur dass wir uns die Reaktion weder auf lineare noch horizontale Linie, sondern im Raum und in Dimensionen verteilt vorstellen müssen. Hier explodiert schlicht etwas und Nolan tut gut daran, diese Explosion in den Rhythmus seiner akzelerierten Dauermontage zu überführen, die manchen Staccato- oder Trailerhaft vorkommt, daran aber gar nicht radikal genug sein kann, um mitsamt dem Tempo der Erzählung die Unaufhaltsamkeit der Ereignisse und darin das tragische Verstricktsein des Helden zu gebildern. Kurz vor dem Abschluss dieses Videos möchte ich nun auf die Materialästhetik des Films zu sprechen kommen und da ich den Film sowohl in der 70mm-Fassung als auch in digitaler Kopie gesehen habe, neige ich besonders stark zur These, dass die genuine Eigenschaft des analogen Films, nämlich an und für sich immer in Bewegung sein zu müssen, nie still zu stehen, spürbar am Zittern zu sein, die Frage nach den Facetten der Kettenreaktion auf eine letzte durch-und-durch-kinematographische Ebene hievt. Hier möchte ich an die kurze Unterredung zwischen Oppenheimer und seiner baldingen Frau Kitty erinnern, die diesen nach den Rätseln der Quantenmechanik befragt. Er wird ihr antworten, dass die Quantenmechanik unsere Wahrnehmung von stabiler, fester Materie unterwandert, der Raum und die Dinge darin, die wir ansonsten als undurchdringlich empfinden, eigentlich freier und deutlich leerer ist und es ein ständiger, sich bewegender, energetischer Austausch ist, der uns umgibt und die Festtheit der Dinge suggeriert. Eben diese eigentliche Abwesenheit von Statik, Ordnung und Klarheit ist es, die im analogen Filmmaterial ihren äquivalenten Ausdruck findet. Denn das analog projizierte Bild, also das springende und hüpfende Korn, das Flackern auf der Leinwand, ist eine genuin wahrnehmbare Qualität des Nie-Stillstehens. Sie kann in den Hintergrund rücken, wenn die immersiven Qualitäten des Kinos reinkicken, sie bleibt aber gerade dann, wenn man sich eine digitale Fortführung im Kontrast dazu anschaut, deutlich spürbar. Eben weil das Filmbild nicht stillstehen kann, und diese Formulierung habe ich mir von meinem guten Freund Roman Paul Videra geborgt, ist es eben dieses beständige Zittern, das das Thema des Films in seiner formal-ästhetischen Entsprechung auch in der Materialästhetik des Films verankert. Dieses Zittern, das in der digitalen Kopie bereinigt wird, geht über seine bloß intrinsische Qualität hinaus und verschmilzt mit den Motiven und der Ästhetik des Films. Es ist also nur eine allgemeine Aussage, man müsse Oppenheimer in 70mm oder 70mm IMAX gesehen haben, weil nur so die visuelle Kraft seiner Bilder angemessen wahrgenommen werden können. Das ist alles auch korrekt, und es ist mit nicht zu vergleichen, diese unfassbaren Schwarzwerte des Bildkorns und die Reichhaltigkeit an Kontrasten wahrzunehmen. Es ist aber deutlich spezifischer und weniger cinephil-esoterisch, wenn man diese Aufforderung nach einem Besuch der 70mm-Fassung mit dieser besonderen Verbindung zwischen dem analogen Material und dem Thema des Films begründet. Also, liebe Zuschauer, sucht euch ein Kino, in dem der Film auch analog gezeigt wird. Eine Frage, die mich just nach dem ersten Kinobesuch beschäftigt hat, war die nach der Darstellung des Undarstellbaren, beziehungsweise anders formuliert, nach der Aussparung der Toten von Hiroshima und Nagasaki. Warum verzichtet Nolan auf diese Bilder? Eine pragmatische Antwort lautet, wir sind an Oppenheimers Erlebnisperspektive gebunden, wir sehen auf gewissen Zeitebenen nur das, was er sieht, sind an seine Informationen, seinen Wissenstand und damit auch an seinen Unwissenheitsstand gebunden. Diese Antwort befriedigt größtenteils, wenngleich wir uns an eine Szene erinnern, in der sich Oppenheimer während eines Vortrags sich sehr wohl ein Bild von den Zerstörungen in Japan macht. Warum also sehen wir nicht auch diese Bilder? Ich glaube, dass die Frage nach der Aussparung der Toten eine Frage nach der Darstellung des Undarstellbaren ist. Ich erinnere hierzu kurz an den Dokumentarfilm Wards with Bajir von Ari Foyman. Wir haben es hierbei mit einem hybriden Dokumentarfilm zu tun, der sich der Animationstechnik bedient, um Ari Foyman dabei zu begleiten, wie er versucht, sich zu erinnern, was damals während des Ersten Libanon-Kriegs eigentlich passiert ist. Höhepunkt dieses Films ist seine Erinnerung an das Massaker von Sabra und Shatila. Bis zu diesem Punkt hat Foyman das indexikalische, also das realistische, das dokumentierende Bild ausgeklammert. Er hat Wirklichkeit durch die Mittel der animierten Reinszenierung filmisch ausgedrückt, also eine Antwort auf die Fragen nach der Darstellbarkeit des Undarstellbaren gefunden. Nun aber montiert er ganz zum Schluss dokumentarisches Material des tatsächlichen Massakers in seinen Filmen, verlässt damit die Ebene der Animation über 40 und verlässt sich dementsprechend auf die Qualität des indexikalischen Bezeugens. Tut er sich damit einen Gefallen? Ich glaube nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Nolan sich in Oppenheimer einen Gefallen getan hätte, die Spielart des Fiktiven zugunsten des Dokumentarischen zu wechseln. Jedes dokumentarische Bild wäre notgetrunken eines gewesen, das aus dem Reservoir bereits bestehender, tradierter Bilder stammt. Wir hätten also nur das gesehen, was wir schon kennen, was wir schon einordnen können. Hätte er sich wiederum für eine Fiktionalisierung der realen Bilder entschieden, hätte er sich dem unnötigen Double-Bind ausgeliefert, mit solchen Bildern entweder der Wirklichkeit zu nahe zu kommen oder sie umgekehrt zu nivellieren, weil die Fiktion die undarstellbare Wirklichkeit nur trivialisieren kann. Darin bin ich überzeugt, dass Nolan durch ein indirektes Bild der Zerstörung die bestmögliche Entscheidung im Umgang mit dem Undarstellbaren gefunden hat. Hier wird noch einmal das Gesicht in Großaufnahme entscheidend. Wir müssen uns dies, glaube ich, als einen aktiven Notbehelf vorstellen, als ein Versuch, dem Undarstellbaren nicht durch ein agierendes, sondern durch ein reagierendes Bild Ausdruck zu verleihen. Nolan nutzt also das Gesicht Oppenheimers sowie die schockierende Szenerie nach seiner Rede vor den Mitarbeitern, damit sich dieses Gesicht stellvertretend für uns im Anblick des Krauens zu Stein verwandeln kann, damit wir wiederum das Undarstellbare vernehmen können, damit wir nicht zu Stein erstarren. Erinnert sei hier an den Philosophen Günther Anders und an seine Notiz zur Undarstellbarkeit der atomaren Bedrohung. Für ihn ist die atomare Apokalypse schlicht zu groß, zu überschwellig. Sie kann nicht wahrgenommen werden, weil wir gegenüber der Fantasie uns selbst zu vernichten schlicht blind sind, schlicht zu Stein erstarren müssten. Wir ignorieren das Phänomen also schlicht. Diese Blindheit hat auch mit unserer Unfähigkeit zu tun, dem Problem der atomaren Bedrohung sprachlich gerecht zu werden. Jeder Terminus verfehlt notgetrunken die Bedrohung so anders und daraus resultiert unsere Unfähigkeit zur Angst. Vielleicht ist es deswegen das so auf den ersten Blick unscheinbare Bild eines Gesichts in Großaufnahme, das uns verdichtet, aufgeladen und zugespitzt durch den davor gesehenen dreistündigen Füller, durch diese geschlossene Form des Films, dass so ein Bild von dieser unvorstellbaren Bedrohung geschaffen werden kann und ein Bild, wie ich es hier meine, meint mehr ein Bild als Image und nicht als Picture. Zu lange, glaube ich, war die Atombombe nur noch Mittel zur Erpressung und Bedrohung und hat sich in dieser Hinsicht als unmögliches Szenario schlicht selbst vor uns verschleiert und wer davor warnt, wird heutzutage gerne als naive Apokalyptiker abgetan. Zu lange haben wir uns auch von den Weltbedrohungsszenarien im Superheldenkino immunisieren lassen. Vielleicht ist es daher Nolans Oppenheimer, der uns schlagartig ins Bewusstsein spült, was vermeintlich jeder weiß, was vermeintlich einfach ist, aber was irgendwie in Vergessenheit geraten ist, dass da nämlich Weltenvernichtungswaffen existieren und es wirklich nicht viel braucht, um sie einzusetzen. Dies sind die Grenzen dessen, was ich vermag. Der Rest gehört euch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017